Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Heute sind wir in Kerzers. Kerzers ist eine politische Gemeinde im Seebezirk, Kanton Freiburg. Sie ist am Rand des Grossen Mons, am grössten Gemüseanbaugebiet der Schweiz. Sie hat etwa 5100 Einwohnerinnen und Einwohner. Heute gehen wir eine fast neue, wunderschöne Dreieinhalbzimmer-Dachwohnung anschauen. Ich freue mich darauf. Kommt doch gleich mit. lanhenhenhenhen Glasgow dag, aber fröhlicher Pr negro Lege lieben, offenbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbar Guy Jetzt noch ein paar Angaben zur Wohnung. Wie gesagt, die Wohnung ist fast neu, Baujahr 2016, 110 Quadratmeter Wohnfläche, Wäsche tun wir in der Wohnung und aus dem Büro kann man mit einem geringen Aufwand ein zusätzliches Zimmer machen. Es hat Keller, es hat Tiefgaragenplätze, die im Preis inbegriffen sind. In die Tiefgarage kommt man mit einem Fahrzeuglift, das ist nicht ganz alltäglich. Wenn euch gefällt, was ihr gesehen und gehört habt, dann nahrt doch jetzt mit mir Kontakt auf, schickt mir ein Mail, rätet mir an, geht auf meine Homepage. Ich freue mich auf euren Kontaktnamen.